Das Verschwinden von Kalanta Wollny gab lange Rätsel auf. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Doch womit verdient sie ohne die Wollnys eigentlich ihr Geld? Fans machten große Augen, als Sylvia Wollnys abtrünnige Tochter Kalanta Wollny sich Ende 2023 plötzlich wieder auf Social Media regte. Da es von der 23-Jährigen diverse Instagram-Accounts gibt, bei denen nicht ganz klar ist, welcher wirklich von ihr geführt wird und bei welchem es sich um einen Fake handelt, sind einige Fans nach wie vor skeptisch. Neben aktuellen Fotos lud Kalanta Wollny zuletzt aber auch Audios hoch. Restzweifel bleiben, doch bei den meisten Fans überwog zunächst die Freude über das unverhoffte Wiedersehen mit Kalanta. In diversen Fragerunden zeigte sie sich in letzter Zeit ungewohnt offen und aktiv, teilte gegen ihre Familie aus und begann sogar einen Social-Media-Streit mit Wollny-Kumpel Kevin Haupt. Ihre Wut richtete sich irgendwann auch gegen Bruder Jeremy Pascal Wollny. Der hat am Sonntag 4. Februar 2024 erstmals Stellung dazu bezogen. Was Jeremy Pascal zu Kalantas Vorwürfen sagt, lest ihr hier. Kalanta Wollny zog sich wegen Depressionen zurück. So ging es danach weiter. Als sich Kalanta im Dezember 2023 erstmals zu Wort gemeldet hatte, enthüllte sie unter anderem, warum sie so lange von der Bildfläche verschwunden war. Sie habe mit Depressionen zu kämpfen gehabt, so die 23-Jährige. Von psychischen Problemen war auch in der Vergangenheit wiederholt die Rede gewesen. Doch wo ist Kalanta Wollny jetzt und wovon lebt die junge Frau seit ihrem Ausstieg aus der RTLZWEI-Sendung, die Wollnys, eine schrecklich große Familie? Darauf hat Kalanta am 8. Januar 2024 in einem neuen QA-Bezug genommen, wenn auch teils sehr vage. Ich wohne mit meinem Partner zusammen, wir gehen beide arbeiten, gab Kalanta Wollny vor einigen Wochen an. Welchem Beruf sie derzeit nachgeht, behielt Kalanta für sich. Ihr Geld verdiene sie jedoch nach eigener Aussage mit Arbeiten, welcher Form auch immer. Die 23-Jährige hatte keinen Schulabschluss und keine Ausbildung vorzuweisen, als sie aus der RTLZWEI-Sendung ausstieg, mit der fast die gesamte Wollny-Familie ihr Geld verdient. Vor einigen Jahren gab sie an, ihren Hauptschulabschluss nachholen zu wollen, was daraus wurde, ist unklar. Häufig wird im Netz die Frage gestellt, was die echten Berufe der Wollnys sind. Dabei ist der Dreh für ihre RTLZWEI-Sendung während den Drehphasen teilweise eine tagesfüllende Aufgabe. Die Antwort lautet also, die Wollnys sind TV-Stars. Die einzige, die Wollnys Darstellerin, die neben den Auftritten in der Scripted Reality-Doku nachweislich noch einem zweiten festen Job nachgeht, ist Sarah Jane Wollny, die in der Pflege arbeitet. Sarafina Wollny beispielsweise wollte ursprünglich medizinische Fachangestellte werden, brach ihre Ausbildung aber ab und konzentriert sich seither auf die RTLZWEI-Produktion und ihre Kinder. Viele ihrer Geschwister, der in der Öffentlichkeit stehen, haben teils nach ihrem Hauptschulabschluss ihre Bemühungen eingestellt. Sich ein zweites Standbein aufzubauen, denn durch ihr Leben vor den Kameras, sind sie anscheinend ausreichend versorgt. Lediglich Loredana Wollny hat nach eigener Aussage noch Ambitionen in diese Richtung, möchte bald ausbilden lassen. Auf der Homepage ihrer Gynäkologin Cornelia Andresen ist sie unter den Teammitgliedern gelistet. Loredana Wollny, Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten Nach der Elternzeit wird Loredana Wollny eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten bei uns beginnen, heißt es dort. Wie es bei Jeremy Pascal Wollny, Sascha und Patrick Wollny oder Jessica Birkenheuer um den beruflichen Werdegang bestellt ist, ist unklar. Die vier scheinen jedoch, fernab der Familie, ihren Weg gefunden zu haben. Untertitelung des ZDF, interpretive budlooking pineale dizendomüller drei Maßnahmen die bunten, schläge zu sein, dass die Kinder humbled und mich benötigt Merkel